Wenn dann knapp ein Jahr, wenn... Es ist ja im Oktober rausgekommen. Nein, 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 nein. Der Release war im November. Also ein halbes Jahr. Bissl mehr als wie ein halbes Jahr. Jetzt haben wir ja schon bald wieder... Bissl mehr als wie ein halbes Jahr haben wir schon. ACB war auch nicht so viel dann im Battlefield eigentlich. Nein, ich eh nicht. Ich schau noch grad... Wengem Mikrofon, dass ich das vielleicht ein bissl weiter zu mir runter... So, mit dem... Ah, mein... Mikrofon ist noch an. Das ist immer ein Kurzzeichen. Weil, weißt... Dann lieg ich so währenddessen und zock auf. Ja, egal. Machst du eh auch diese Spezialaufträge? Welche Spezialaufträge? Ach so. Du gehst bei Aufträge und dann... Ja, ich mach immer die Aufträge. Na ja, passt, weil da kriegst du extra Punkte. Ah, ich weiß nie, was ich nehmen soll. Ja, ich nehme halt einfach das für die aktuelle Klasse halt. Ja, sanität immer was. Ja. MP40, ja. Oh, und ich mach gleich für die MP40. Ja, ich mach dich. Bist deppere, die Feuerrate wie jetzt. Übelst abgehen, euer bei der Waffe. Euna, man kann... Ich glaub, da wird... Ich glaub, da wird... Gute... Na, okay, ich könnte es vielleicht noch ändern. Bleiben die Aufträge eh die ganze Zeit oder gehen sie mit der Zeit weg? Soweit ich weiß, die bleiben. Die Tagesaufträge gehen nur nach der Zeit weg. Ach so, okay, pass. Gehe ich noch Arsenal, schau jetzt nach. Weißt du, ich will das irgendwie so machen, dass ich mit jeder Waffe... Ähm... Stufe bin. Also mit jeder Waffe auf Level 10 und dann gehe ich zur nächsten Klasse. Ja, ich ja. Das mach ich nachher. Das versuche ich jetzt auch so durchzumachen. Ich darf nicht so spielen, weil sonst hat man keine Challenge dahinter, was? Ja, ja, damit man da ein bisschen eine Herausforderung hat. Dass man da was zum erreichen hat. Ja, wenn man da einfach nur so spielt, urlangweilig. Aber sonst... Ich muss sagen, bei manchen Waffen ist es wieder ein bisschen sehr mühsam. Ja. Sagen wir es so. Welche KT hast du jetzt eigentlich? Ich hab... 1,98. Bam. Ich hab 1,69 nur. Ohhhh... Diese 69er Stellung. Kommst dann rein? Ja. Boah, ich muss mal meine Pizza essen. Ich hab nur die Hälfte gerade gegessen. Nein nicht, weil ich das ganze sind im Spiel. Ohhhh... Ist das ganz kalt jetzt auch. Aber egal, trotzdem wird gegönnt. Das ist ganz kalt jetzt. Woos. 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 Vielen Dank. Oh, Sturry Avenum, yes. Ja, Mann. Bist du voll drin? Nein. Ja. Bei mir ladet sie. Ja, da warte ich und geh nicht raus. Passt. Bin drin. Voll. Jetzt hab ich so einen Typen, so einen Ur-Hurensohn gehabt als Kommentar. Er schreibt so Hure. Ich schreib Fragezeichen. Aber weißt, ich bin eigentlich relativ nett. Ja. Er schreibt Hurensohn und ich schick ihm einen Kack auf. Er schreibt Hurensöhne und ich so mit welcher Begründung? Dass deine Mutter scheiße ist, du Anal-Ficker. Weißt, ich frag ihn ganz normal wegen einer Begründung. Und er kann mir keine gescheite Antwort geben. Ja, weil er auf den Hintergrund ist. Was sagt er sonst? Ja, aber weißt du, was sagt das schon über so einen Menschen aus, wenn du ihn ganz normal fragst? Unter welcher Begründung? Vielleicht gefällt dir das Video nicht. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich drauf bin. Nein. Nicht, dass man eine ganz normale Konversation führen kann. Einfach, weil deine Mutter ein Anal-Ficker ist oder was auch immer. Ja, das ergibt null Sinn. Sowas würde ich gar nicht mehr erzählen, weil sie kennt deine Mutter nicht. Und er kennt eigentlich auch nicht dich, wie du aus bist und so weiter. Oder was? Ja, aber weißt, da frag ich mich einfach, was ist mit den Leuten falsch? Nicht, dass sie einfach ganz normal sagen, hörst, ja, du taugst mir nichts. Vielleicht könntest du das oder das besser machen. So welche sagen, nein? Ja. Dass einfach nicht Leute daherkommen und sagen, ja, du freust mir von den Videos her nicht. Aber, leid, dass sie einfach sagen, du bist behindert, Huren und so und gleich. Ich weiß nicht, dass sie ja normal mit dir reden können. Stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht. Oh, Bruder, 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 Bruder. Uff. Heftiger Bruder. Das finde ich, das finde ich so richtig komisch. Ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach ganz normal sagen kann, du, Servus, Girsti. Wäre voll leihwand, wenn du vielleicht das oder das verbessern könntest. Oder vielleicht darauf achtest oder dies oder das oder jenes. Nein, klar, immer nur so Huren und so und. Man wird, man wird doch wohl heutzutage normale Konversation führen können. Ohne, dass man gleich denjenigen schimpfen kann. Kann man jetzt gar nicht mehr. Komm bei mir, Gebäude. Oh, Pass. Oh, Pass. Ja, mit Schrotchen da abgehoben. Ist gesäubert. Ich muss sagen, zu dieser Waffe, also dadurch, dass ich jetzt die 700 Dingsbums da habe, muss ich dazu sagen, es kommt auf die Situation an. Weil am Anfang schießt sie noch nicht in die Höhe, aber erst am Schluss. Ich habe ihn abgestochen. Ich habe ihn richtig abgestochen. Perfekt. Mit einem Bajonett zu Wien, Beb, da gibt es nicht eins, weil es mal läuft. Seit wann bin ich bei Sturm? Da, die Zeit schon. Oha, Alter. Ich wollte ja gar nicht Sturm aktivieren. Ja, wurscht, wenn wir schon dabei sind. Bin ich gleich mal Stufe 2 gegangen. Hihi. Alter, was ist mit den Gegnern? Was ist das? Der ist da, was du gerade markiert hast? Ja, der ist da. Okay. Fuck. Ich will tauchen, 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 tauchen. Gute Arbeit. Wir haben Zielfriedrich erobert. Ich bin ertrunken. Tch, naja. Interessant. Interessant. Es tut sich bei eh gar nichts, normalerweise ist da immer die ärgste. Ich bin sicher, das. Ja, wohin, sag mal. Komisch. Ich geh einfach jetzt zu dir mal hin. Okay, ich komm mit. Alter. Von hinten. Na, so eine verbrunste, ho. Spawn, spawn, spawn. Wieso brauche ich immer so lang beim Spawnen? Wieso brauche ich immer so lang beim Spawnen? Wieso nicht? Hast du das gehört? Ja, hinter dir. Alter, die wollen die ganze Zeit A haben. Ist ja wahnsinnig. Was finde ich schmeckt besser? Ich will die Waffe jetzt ausprobieren, habe aber keine Gelegenheit dazu gekriegt. Was finde ich schmeckt besser? Eine Pepsi oder eine Cola? Kommt drauf an, zu welchen essen. Pizza, zum Beispiel. Pepsi. Ich finde, zu einer Pizza gehört auch Pepsi dazu. Oder 7-Up. Nein. Nein. Das geht auch. Also das überhaupt nicht. Das geht noch, wenn es keine Kohle gibt, dann hat es 7-Up. Ja, aber ich finde... Bei mir direkt in der Ecke liegt er. Ja, schon wieder hinter mir. Wieso sind da... Wir haben normalerweise 100.000 andere Kollegen bei uns. Aber keiner macht was. Ja, so hohe so einer. Die Woodrex-Lobby. Weißt du, man kann das urschön verteidigen. Ich habe es gerade gesehen. Vergiss, vergiss, vergiss. Vergiss, ich spawnen einfach mal wieder. Oha, scheiß Panzer, Alter. Oha. Irgendwo. Hurensohn. Hm, du kannst mich nicht so viel wieder belegen. Nein, bin schon tot. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, es sind so viele. Ich will einfach die Waffe ausprobieren, wie gut sie ist beim Schirr. Welche auch so? Ich habe eh jetzt wieder die Zeit, irgendwas. Nur habe ich jetzt diesmal 700 Schuss statt 500. Warte, bei E, bei E, bei E. Bei E ist es wieder. Scheiße, hinter mir noch. Ah, B, haben wir schon mal eingenommen. Passt. Jetzt bei E nur noch. Aber E schaut scheiße aus, gell? Das sind die, die sind bei unter der Brücke und nehmen das an. Bin runter, ich schon habe geschaut, da sind drei, vier Leute unter der Brücke. Das geschießende ist, ich habe keine Vorstellung. Das ist dann eh schon weg, gell? Ja, bin nicht runtergegangen, die sind schon weg. Ja, leider. Frag mich, die... Ah, jetzt sind schon wieder welche da. Frag mich zwar trotzdem, wo die sind, aber ist ja wurscht. Ja, ich gehe an C. Ah ja. Hm, gehen wir hin halt. Fuck. Warte, ich wieder blöde dich. Ja, weißt du, wann sich der aktiviert? Wann? Kurz bevor du landest. Geil. Auf dem Boden. Bringst du ihn hoch hier. Dann aktiviert er sich. Und ich drück ständig drauf. Danke, Mann. Gme F oder C? Gme C. Oder? Ja, C. Ja, ich glaube, der C tut sich einfach mehr. Die Feinde haben genügend Ziele, um den Kampf für sich zu entscheiden. Nehmt diese Ziele sofort ein. Siehst du, irgendjemanden? Da geht's nicht. Okay. Die Waffe war ja so stark präzise. Jetzt geht sie nur noch nach oben. Du kannst nicht einmal mehr auf die Gegner schießen. Vergiss. Oh, ich habe den Gegner schon komplett auf den Kopf geschossen. Komplett jede Kugel auf den Kopf. Määhm, uuuk. Kommt hier einer. Geh weg. Hier war einer. Wie der gewusst hat, dass ich schon dort stehe. Alter, vergiss. Das sind zu viele. Die sind nur zu zahl. Ich muss nur ein kleines Stückchen weiter mit dieser Waffe. Dann bin ich wenigstens auf 4 und dann kann ich sie wieder ändern. Und reset. Warte, ich kann hier auch noch einmal anpassen. Weil, vergiss. Ohne Spaß, vergiss. Was ist besser, Streuung oder Präzision? Präzision. Also Streuung kommt drauf an, wie viel von was halt. Scheiß drauf. Biss deppert. Der Fall schießt kurz davor noch, bevor du am Boden landest. Hast du Leben verloren. Hint uns, hint uns, hint uns, hint uns, hint uns. Ich habe schon wieder irgendeine andere Schesse gemacht. Biss deppert. Es geht sehr. Eieieiei. Du, wo ist vorerst denn? Du, Alter. Ich bin oben. Aha. So, bei der Fall ist es noch die Seiten, aber oben. Achso, schaut schon besser aus. weisen fahren oder was ich bleibe ich hier wenige punkte raus jaja her für die definitiv punkte aber gehen zu garstig voran gell sonst macht uns da nur jemand mehr die zählen dabei nicht die fahrrichtung ja genau aber fand ich dran fand ich dran fand ich dran warte da muss ich aussehen jetzt nein sind eh keine gegner mehr wir haben viel werter verlor sehr weiß passt warte dann ab zu a was bin doch mit einigstiegen das ist ja ich glaube das kann man doch durchfahren keine ahnung probier mal was oder na probier es da besser nicht aus ja dafür habe ich zwei kills gemacht moin da rechts bei der seite ja da habe ich da habe ich ich gehe mal den ja da ist ja warst habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich gottse dank stufe vier mit der waffe gleich alles resetten ich gehe mal oh nein von links genau bei der sandbuckern bei der sandsecker war aber ein hektisch aufpassen wenn du jetzt bei mir spawnst passt aufpassen ich glaube ich habe jetzt ein loch da ist ein arschloch kommt mit das denn passt so um so rein okay das muss ich wieder draußen machen anscheinend da ist klar immer er wie gesagt Achtung, die Cäsar ist verloren. Wie schaut's denn aus? Sonderfühler, Sonderfühler, Pastee. E und dann gleich direkt zur B. Auf, machen. Aber anscheinend, ich muss eh schon ein B. Ja. Da wäre ich mir nicht einmal so sicher, weil es langsam geht. B ist vorher ganz langsam eingenommen worden. Sind sicher noch Leute irgendwo. Fix. Ja, es sind eh noch Leute. Was ist los mit euch? Gleich haben wir Munition gegönnt. Ach, ich markiere, wo sind Gegner. Ach. Ich sehe auch keiner. Wurscht, da machen wir da. Scheiß drauf. Oh, achi. Ja, aber das ist... Ja, da ist aber niemand. Nein, da ist überhaupt niemand. Vergiss. Hauptsache, ein bisschen Schaden machen. Alter, ich nehme es jetzt gerade wieder ein. Scheiße. Ah, und da laufen wir gleich wieder zur B. Passt. Erobert. Weil dann kommen wir uns fix wieder zur B alle miteinander. Und dann wollen sie uns wieder fix. Die nehmen wir, glaube ich, schon B ein. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber bald, sagst du. Auch von hinten, fix. Ja, bald. Ui, der braucht nur noch einen kleinen Schuss. Schau auf, ihr habt, ihr habt. Der braucht... Ach, das hätte ein Kill sein können. Bast, hab den Hurensohn. Bei B. Schaut's gut aus, oder? Ich habe jetzt seine Waffe aufgehoben, um sie zu probieren. Na ja, probier mal. Die ist scheiße. Sie zieht schon stark nach oben. Aha, erst recht, wenn du einen Hurensohn mit einer Schotswinde vor dir hast. Deswegen scheiße. A wird wieder eingenommen. Weißt du, wo ich gelandet bin? Zwischen E und B. Oh mein Gott. Da kann ich ja nur mehr ergeben. Und genommen, ja. Nein, das ist der Schubschleuder mit der Schrot. Da hinten sind die Leute, oder? Da hinten sind die Leute. Da hinten sind die Leute. Arbin. Ich habe mir eine Karabiner jetzt genommen. Karabiner? Ja, ich habe ihm volle Wäsche auf den Kopf getroffen. Wie gibst du? Aber zwei Schuss. Zwei Schuss brauchst du, dann ist er hier. Aber nur Kopf. Ich will nicht wissen, wie es anders ausschaut. Oben. Da. Oh, vergiss mich. Genau. Na, vergiss, vergiss mich. Hinter dich, hinter dich, hinter dich. Okay. Gut. Ja, ich habe mich leider gezeigt. Wie ein Vollanfänger. Vielleicht die andere Karabine. Vielleicht hat die mehr schauen. Ja, schauen hat die mehr. Das ist super. Oh, das ist so cool und so. Wo? Im Haus bist du gestorben. Genau, wie ich gestorben bin. Hard. Aha. Alle Stümmen zu B. Okay. Moin. Muss. Damit man noch die letzten Tropfen rausbringt aus den Punkten. Ja. Nicht so. Ja. Geschafft haben wir es. Schlechte Runde. Schlecht. Wieso? Wie viel stehst du? Ja. 1413. Und ich. Aber ich bin jetzt vor, jetzt kann ich endlich diese scheiß Dreckswaffe wieder auf geil machen. Ja. Ja. Ich habe die MP. Hui. Den Flugplatz endlich mal wieder. Gott sei Dank. Die MP40 habe ich schon mal auf Stufe 8. Bist du deppert. Hui. Bin gerade einmal auf Stufe 4 jetzt mit der anderen. Ja. Du musst es ja auch ankommen lassen. Du musst es ja auch ankommen lassen. Ja. Punktestand. 1411. Als ob ich so wenige Kills gemacht habe. Lol. Wer ist die? Zabzerrappen, Uru. Ja, Mann. Man kennt ihn. Der Fladerant. Ja, muss. Ich weiß aber nachher nicht, welche Waffe ich als nächstes machen soll. Nimm die. ağa形.